Mit welcher Maschine fliegt Donald Trump zu seinen internationalen Terminen? Mit der Hair Force One. Prost Neuer! Okay, bisschen spät, aber egal. Das neue Jahrzehnt sollte auf jeden Fall lustig anfangen und am 16. Januar im 50-50 wird's lustig. Oh, 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 eigentlich, oh yeah, eigentlich, eigentlich. Da spiele ich nämlich das beste Musik-Comedy-Programm, was an diesem Abend im 50-50 gegeben wird. Versprochen, garantiert. Ja, da hatte ich den Haken erst zwei Wochen. Also seid dabei und lacht euch schlapp. Tickets bekommt ihr an den üblichen Vorverkaufsstellen, online bei Reservix und natürlich an der Abendkasse. Also, bis zum 16. Lalalala, lacht mal wieder. Lalalala, lach mal wieder. Everybody in the house! Lalalala, lacht mal wieder.